Meine Vision ist es, an der TUM, an den zentralen Themen der Quanteninformation zu arbeiten. Die TUM, die BMW Stiftungsmittel und das gesamte Forschungsumfeld bieten ideale Bedingungen dafür. Hallo, mein Name ist Barbara Kraus. Ich leite den Lehrstuhl für Quantenalgorithmen und Anwendungen. Mathematik hat mich schon immer sehr interessiert. Als ich dann Vorlesungen in der theoretischen Physik hörte, war ich davon begeistert, dass man die Natur mathematisch beschreiben kann und sie damit dann viel besser verstehen kann, war ich davon fasziniert. Und da wusste ich, das muss ich machen. Die Quanteninformationstheorie vereint die klassische Informationstheorie mit der Quantenphysik. Unsere Handys und Computer verarbeiten klassische Informationen. Die Quantenphysik erlaubt aber viel allgemeinere Arten, Informationen zu speichern, zu versenden und zu verarbeiten. Und das eröffnet natürlich auch ganz neue Möglichkeiten. Ein Beispiel davon wäre der Quantencomputer. Der Quantencomputer und Quantensimulatoren werden in ferner Zukunft sehr wichtige Anwendungen haben. Im Moment haben wir sehr kleine Systeme und die sind aber sehr fehlerhaft. Und das Ziel der jetzigen Forschung ist, dass wir Anwendungen finden für diese kleinen Systeme. Aber ich bin überzeugt davon, dass durch die Arbeit an diesen Quantenprozessoren und die Weiterentwicklung der Prozessoren ganz neue Anwendungen entdeckt werden. Mein Forschungsgebiet, die Quanteninformationstheorie, ist sehr interdisziplinär. Wir arbeiten mit Mathematikern, mit Informatikern und mit Experimentalphysikern. An der TUM gibt es auf jeden dieser Bereiche Experten. Und ich freue mich auf die intensive Zusammenarbeit. Ich finde meinen Ausgleich im Sport und in der Natur. Ich liebe es, auf die Berge zu gehen oder zum Beispiel am Abend einmal laufen zu gehen. Das ist für mich Entspannung pur. Da kann ich wirklich abschalten, entspannen und bekomme auch meinen Kopf wieder frei. Ich liebe esosen. Ich liebe es. Untertitelung des ZDF, 2020